Alex, ich habe ja schon gesagt, du warst bei Ikea. Richtig, richtig. In diesem schwedischen Möbelhaus. Bist du nach Schweden gefahren dafür? Nein, nein, nein. Selbst Finnland hat schwedische Möbelhäuser. Mit genau den gleichen Produkten, die auch Deutschland hat. Und ich habe ja kurz mal vorher in unserem Slack gefragt, was ihr da so kürzlich eingekauft hattet. Das war auch Thema der letzten Sendung. Oder eine Pre-Post-Show. Und hatte lustige USB-Ladestationen empfohlen und Akkus und solche Geschichten. Das waren sehr wertvolle Tipps, weil da habe ich alles gekauft. Fand ich gut. Ich habe aber auch gekauft eine LED-Lichtleiste. Die heißen LED-Berg. Kommt in so kleinen Plastikpackungen, kostet 10 Euro. Und das sind letztendlich so LED-Stäbe, die man, drei Stück sind da, glaube ich, pro Packung drin, die kann man so zusammenstecken. Und dann kann man da Strom dran stecken und dann kommt da Licht raus. Und ich habe die, also das sind jetzt neuere Modelle, ich habe die vor ein paar Jahren schon mal gekauft. Und so mein Lifehack ist, die hinter Fernseher oder Monitore zu kleben. Weil das ein sehr angenehmes, indirektes Licht gibt. Sicherlich keine erhellende Erkenntnis, aber ich finde es extrem angenehm. Also zum Beispiel mein altes Apple-Display hat hier so diese Leuchtstäbe hinter dem Monitor kleben. Und das läuft einfach durchgehend, ja. Also da ist zwar ein Ausschalter dran, aber die laufen einfach hier durchgehend. Und es ist halt sehr angenehm. Ich finde das ganz nett, auch an so Monitoren zu arbeiten, die nach hinten so ein bisschen Licht abgeben. Gerade hier in so dunklen Jahreszeiten macht das ein, wie ich finde, angenehmes Licht. Und die haben sich als sehr beständig herausgestellt, also es hat sich herausgestellt, dass die schwierig tot zu kriegen sind. Also die habe ich jetzt wirklich schon ein paar Jahre. Und diese neuen Modelle haben sich nochmal ein bisschen verbessert. Die haben so bessere Steckmechanismen jetzt. Also es ist nicht mehr so, es ist schon noch ein bisschen wimselig, so Plastik und alles so ein bisschen. Es wirkt nicht so super stabil, aber dafür kostet es halt auch irgendwie ein Zehner. Und ich habe natürlich damit geliebäugelt, mir auch solche von Philips in der Vue-Serie, solche LED-Streifen für solche Geschichten zu shoppen. Aber da zahlst du dann halt auch gleich 80 Euro. Und von dieser Art Beleuchtung nehme ich halt nicht in Anspruch, dass die irgendwie Homekit können müssen und die Farben wechseln. Also die gibt es in mehreren Farben, die hier. Ich habe die ganz normal in Weiß. Das Bild in der Anleitung ist gut. Nicht mehr als drei zusammenstecken. Ja, ja, also genau. Also kann man nicht jetzt irgendwie wild ausbauen. Auch nicht, wenn es gerade ist. Nicht im Kreis. Nein, nein, nein. Nein, nein, vorsichtig. Maximal drei. Aber für jeden. Auch nicht parallel scheiß. Für jeden Bildschirm sollte das ausreichen. Genau, also das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren hinter verschiedenen Bildschirmen. Auch mein Fernseher beispielsweise hat solche. Und ich finde das ganz angenehmes Licht. Die kommen mit so Sticky-Pads zum Draufpappen, ne? Kann das sein? Ja, die alten kamen damit. Ich habe die neuen jetzt noch gar nicht ausgepackt, ja. Und die gibt es auch in bunt für 15. Wechseln die dann oder haben die so eine Fernbedienung? Ne, die haben, also ich habe die nur daneben stehen sehen und bin ganz sicher gegangen, ich habe die Nummern verglichen, dass ich nicht diese bunten erwische, weil die sahen sehr schlimm aus. Also, ja, das mag in dem einen oder anderen Fall und irgendeiner Kommode vielleicht irgendwie eingeklebt ganz cool sein, aber blaue LEDs und so, das ist so nicht mehr in den 90ern. Und deswegen, also diese weiße Beleuchtung finde ich ganz nett. Und ja, vielleicht ist das für jemanden, was der da, also gerade der Preis macht halt irgendwie, ist halt nur Steckdose und An- und Ausschalter und das war's dann. Ja, ich bin ja Freund, also so zwei Watt auf die drei Segmente, die sie da verteilen, das ist nicht allzu viel. Ich bin ja ein Freund von brutal hellem Licht und da gibt es irgendwie so LED-mäßig bei Ikea leider nichts. Also das ist alles so ein bisschen so langweiliges Entspannungslicht und nicht so, guten Morgen, bleib mal wach. Ja. Unterschiedliche Philosophien, wie wir an morgen rangehen. Ja. Also ich brauche eher so indirekt und eher so zurückgefahren. Ja, das ist ja auch nur fürs Studio. Und nee, aber die Lampenabteilung, die haben sich ja irgendwie auch so ein bisschen vorgenommen, da Strom zu sparen und Zeug und irgendwie weniger Quecksilber in den Leuchtschaffröhren und Zeug zu verbreiten. Und deswegen ist jetzt Ikea nicht der Retter der Welt, der Umwelt. Also wahrscheinlich unterm Strich eher nicht, aber besser als nix. Und wenn so eine Riesenfirma halt irgendwie mal anfängt, frühzeitig solche Energiespar und Zeug zu verbauen, kann das auch nicht ganz schlecht sein, glaube ich. Gut. Okay, also beim nächsten Trip mitnehmen, USB-Ladegerät. Wenn man zukunftssicher sein möchte, so ein G für den Tisch. Du bist da sehr zuversichtlich, dass wir sowas... Ich hätte es nur einfach gerne. Und die Dinger, die haben halt so einen Kreis rund. Ich glaube, du kriegst auch ein Modell, wo der Bohrer dabei ist. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Ich glaube schon. Ich schaue mal nochmal. Weißt du, wie das Zeug hieß, Alex? Du warst heute da. Ja, nee. Das sind halt letztendlich nur so runde Knöpfe. Da ist ein Plus, glaube ich, drauf. Und das kannst du dann in die Schreibtischplatte beispielsweise bohren und von hinten halt irgendwie Strom dann stecken und dann deine Geräte, die damit kompatibel sind, drauflegen. Das gibt es ja auch direkt in eingebauten Lampen, falls man die schön findet. Also sobald irgendwie meine Gerätschaften damit irgendwie funktionieren, dann bin ich voll bei dir. Also den Bohrer für die Löcher dafür gibt es für einen Fünfer. Ah, praktisch. Und hier diese Einsätze kann man sich halt in den Tisch reinschrauben. Das Pad hat dann so ein Kreuz auf der Oberseite, wo du es hinlegen sollst. Und dann kostet es halt irgendwie 30 Euro so ein Ladegerät. Das sieht dann auch gar nicht so schlecht aus. Dann kannst du noch ein Kabel durchführen. Da ist ein USB-Bots drin, wenn man es drückt und so raus. Ja, also das ist irgendwie eine nette Idee und das kannst du in fast jeden Tisch reinbauen. Ich hätte das gerne, deswegen reite ich drauf. Ja, aber du bist ja auch nicht bereit, dein iPhone in so eine Plastikschale zu kleben. Verkaufen sie auch, das ist furchtbar. Für ganz viele Modelle. Ich meine, dann kannst du halt jedes Gerät drahtlos ladenfähig machen. Aber es ist halt nicht wirklich. Und diese Plastikschalen sind ganz, die habe ich nämlich da auch gesehen, die sind ganz schrecklich. Was ich gekauft habe, ist ein, naja, diese Matten sehen auch gar nicht so schlecht aus. Was ich gekauft habe noch, ist halt Akkus. Und bei Akkus hatten sie zum Beispiel so ein ganz kleines Ladegerät für nur zwei Akkus zum Laden über USB. Und das kostete irgendwie zwei Euro, also oder drei. Das war wirklich gut. Und ich brauchte halt noch so ein Ladegerät. Ich habe so ein gutes Ladegerät, aber das trage ich hier immer zwischen Büro und zu Hause hin und her. Weil Kinderspielzeug sehr viel Akkus fordert. Das ist das zum Beispiel, was ich nicht gekauft habe. Das wäre das für die Vierer. Aber dieses für die Zweier fand ich ganz clever, weil du das halt jeden USB mehr oder weniger dran stecken kannst. Das sehe ich jetzt gerade hier nicht, aber vielleicht gibt es das hier auch. Und hier nochmal, das hatte ich neulich schon gesagt, das Koppler-Ladegerät, dreimal USB. Da kommen die 2 Ampere wirklich raus. Und das ist ganz nett, so für iPads und iPhones zum Laden. Gut, das hattest du noch gesagt, die Akkus, genau. Also in eine Loop-ähnliche für wenig Geld. Okay. Da gibt es auch zwei unterschiedliche Modelle, ne? Ja, die mit weniger Saft drin und mit mehr Saft drin. Ja, okay, ja. Ich habe nur aufgrund meiner fehlenden Finish-Kenntnisse kurz gestockt, ob das jetzt irgendwie die einen, die keine Akkus sind oder... Aber die sehen wiederum ganz anders aus. Die verkaufen sie mir auch noch. Gelb, oder? Einfach... Die sind gelb, ne? Die sind gelb, ja. Okay. Gut. Links zu Ikea brauchen wir, glaube ich, nicht. Das findet ihr selber. Ja. Komm, wir vorn ausgehen. Aber die restlichen... Lettwerk heißt diese... Ja, genau. Die restlichen Links sind dann in den Shownotes. Gut. Gut. Gut.